Nein, kann man das Ding brennen, dass es dann zu richtigem Quarz wird. Ja, und was kommt raus? Quarz. Cool. Rock Quarz. Okay, also das ist nicht das normale. So, Silberdust habe ich fertig. Zim kommt da rein. Kompressor ist nichts drin. Mercurator läuft schön. Chunklo, der dreht sich. Wie schön. So, was macht mein liebes Sorgenkind? Es ist fertig. Super. Ja. Kühl ab. Ähm, na. Fertig. Und wir haben es soweit geschafft. Kann ich mal sagen. Das kann hier rein. Quarz. Können wir Quarz für irgendwas gebrauchen? Für unsere nächste Etage vielleicht. Wie sieht denn Quarz aus? Ja. Sieht doch schon mal schön aus. Aber es kommt wieder Quarz raus. Gut. Und dann heißt es einmal den ganzen Quarz brennen. Ich hoffe, das reicht. Da. Und nochmal Quarz. Kabelstone. Ah. Wo haben wir noch was Marble? Limestone. Ne. Brauchen wir jetzt alles nicht so wirklich. Das brauche ich nicht. Netherrack. Netherrack ist doch der, der unendlich brennt. Vielleicht für später mal. So. Äh. Der kann weg. Ich hoffe jetzt, dass ich nichts falsches gemacht habe. Äh. Ich habe es doch gerade alles mitgenommen, was ich für beiden Worte. Ja. Gut. Und. Ja, das war's. Gut. 64. Das ist auch fertig. Netherrack. Äh. Oh. Wir sind schon bei 60%. Also jetzt geht es scheinbar richtig schnell. Sonst braucht das Ding eine Million. So. Was könnten wir noch machen? Die Exo-Armor ist gestrichen. Hasemat-Armor. Das ist in Industrial Craft. Amor. Da. Hallo. Schank bitte weg. Industrial Craft. Amor. Da. Die da. Will ich machen. So. Schön. Industrial Craft. Amor. Hallo. Jetzt lädt es, glaube ich. Das lädt auf jeden Fall. Jetzt habe ich es komplett kaputt gemacht. Jetzt habe ich es komplett kaputt gemacht. Ich habe nur noch 192, das bedeutet, wenn man jetzt, äh, nein, was wollte ich eingeben. Genau. Rubber Boots brauche ich, ja? Ja. Ich habe es kaputt gemacht. Ich habe es kaputt gemacht. Rubber Boots. Das brauchen wir 111. Äh, ja. Ach, da unten sind sie ja. Gut. Ja, Rubber und Wolle. Wolle habe ich ja gerade super bekommen. Mh, hole ich mir noch was Rubber von den Bäumen. Aber vorher gehe ich mal ins Bett. Denn ich mag das Bett ja so. So, du kommst schön da hin. Hallo. So. Ha. Geht doch. Na? Wart ihr schön fleißig? Möchte ich jetzt gerne von euch wissen. Ja, ihr wart fleißig. Ihr wart fleißig. Du warst auch fleißig. Du auch. Schön. Du bist komplett leer. Du auch. Und da ist ein. Und da ist ein. Und da ist ein. So, wo bist du? Ich hoffe, ich bin hoch genug. Komm her. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Natürlich steh schön und mach mein ganzes Haus kaputt Und hau immer ab Ja komm doch einfach zu mir wenn du mich willst ja Da Scheiße wie viele habe ich Wow Wow Okay scheinbar können die mich noch von da aus schlagen Wie viele habe ich jetzt? Fünf Komm her Scheiße So komm her Wo seid ihr, hä? Der ist auf meinem Dach Ja natürlich Steh ruhig auf meinem Geh ruhig in mein Zimmer Ja Ja komm her Ich habe das ein zu hoch gebaut Fällt mir jetzt ein Ja Es ist vielleicht nicht ganz so gut gewesen jetzt alle anzulocken Ich hoffe mal sobald ich mich auslocke legt sich die Situation wieder Hier Da haben wir noch was Der hinten haben wir auch Laps Laps Kommt auch noch rein Wir sind jetzt schon bei 65% Das finde ich sehr sehr schön Kann ich ehrlich sagen Ähm Ja und wir haben noch eine Ender Perle Super Das JuniMatter ist aber immer noch sehr teuer Das bedeutet wir sollten uns die Sachen alle selber suchen Aber ich habe dummerweise Doch, 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 doch Von da aus nach Ähm Da war noch ein Ein Gewisses Etwas namens Sumpf Da sollten wir da mal nachgucken Ich hoffe mal dass das klappt Naja Egal Erstmal Erstmal essen Und Ah Was sagt der schöne Teil hier Der sagt, dass ich ein bisschen was abhaben kann Hm Und Was ich das jetzt auch gleich zur Hälfte aufgeladen habe Super Äh Ja, ich würde sagen das reicht Fürs Erste Ja, es reicht auch heute fürs Erste würde ich sagen Also Bis zum nächsten Mal Haut rein Tschüss Und zwar Ja Halt Hopp Ja Ja Das ist ein Es ist ein Doch Es ist ein Untertitelung des ZDF, 2020